Malzeit ihr Prügel Brüder, hier ist wieder Knochen, heute geht's weiter mit March of War oder MOW Face of XL, ihr wisst schon dieses Kartenspiel, ich weiß nicht wie man diese Art Spiele nennt, ich hab gar keine Ahnung, echt 3D Kartenspiele, Pokémon, Kriegsversion oder keine Ahnung Aber ich glaube ihr wisst was ich meine, ich hab mich ja nicht damit so beschäftigt, normalerweise ist das nicht unbedingt so meine meine favorisierte Art von Spielen, oder beziehungsweise es ist sowas wie Hearthstone, Hearthstone oder dergleichen, spiele ich eigentlich nicht Aber gut, das fand ich hier eigentlich ganz unterhaltsam, so was haben wir denn hier, gehen wir gegen das Kaiserreich, Republik, oh hier schaltet Kaiserreich frei, schaltet Republik frei Rangliste, Spielen, PvE, Arena gibt's hier auch, ähm Laden, oh, kaufe Edelstandpakete Ach, so ein Laden, ich krieg hier wieder irgendwas, Pakete öffnen Tutorial Reward Pack, hab ich aber eigentlich schon mal gehabt Oh, jetzt muss ich mir jetzt ausruhen, aber was Echt jetzt? Bitte Geht's noch weiter Wie mache ich das hier? Von zwei Raketen, äh, Launcher, äh, Raketenwerfer, Raketenstarter, wie auch immer Ähm, und alle guten dringend sind drei Ich kann ja alle, pfff Hier, hmg, ähm, Canadian Highlanders, das passt alles gut zusammen hier, auf jeden Fall Ähm, hier kann ich noch Packs kaufen Primo Reward Pack Mir ist es zwei Bronzen oder besser Warte ich jetzt erstmal, ich will mal ein bisschen, äh, Stein und Geld sammeln Die kostet 4.500, 10.000, 20.000, 50 Packs sind das Hier ist nur ein Pack drin Ich versuche erstmal so mit meinem durchzukommen So, was ist das hier? Okay, Edelsteinkauf, klar 750, könnte ich mir leisten Was ist das aber? Verschiedene Karten drücken Achso, das ist einfach nur so, äh, kosmetische Sachen Weil das ist die XP Boost Ey, so Boost nämlich immer mal mit Für 10 Schlachten Ja, klar, so Boost Bereit zur Verwendung Wird wohl automatisch, hoffe ich Jedenfalls, äh, benutzt So, spielen, Sammlung, Laden, Arena Erstelle aus zufälligen Karten einen Kartenstapel Und gewinne so viele Kämpfe, wie du kannst Um große Preise zu gewinnen Puh Hm Da warte ich erstmal noch Zielvorgaben, okay Ich gehe erstmal einfach auf Spielen, weil Keine Ahnung, ob ich schon bereit bin für eine Arena Ich, puh Das ist ja alles nicht so einfach PvE Spiele eine Partie gegen den Computer Hm, sollte ich das vielleicht machen? Sollte ich das machen? Nein, Mann Das machen wir nicht Ich spiele gegen Random Player Starter-Kartenspiel-Allianz Alright Spielen Hoffentlich dauert das nicht zu lange Ich hab ja Nicht wirklich Ich hab ja nicht wirklich getult Ist das so Ich kenn das doch So Steiner Renok Kann man sich mal schön den Hintergrund angucken Ich hoffe, dass ihr wenigstens PvE-mäßig gut passt Äh, PvP PvE PvE kann ja was spielen Jedes Mal So wie ich Bock hab Ne, das ist PvP-mäßig Muss ich um was geht Ich weiß nicht, wie lange setz ich Ich setz mir noch ne Frist von 30 Sekunden jetzt Die muss ich also irgendwie noch mit Labern überbrücken Oder wir hören uns die Musik an Ah, alles ist einfach Ne, ich hab heute keinen Kaffee getrunken Mhm Denke ich Glaube ich weiß nicht Scheiße Ich glaube, es ist so wie bei Vielen dieser Spiele Die ich in letzter Zeit gespielt hab Wo einfach so um Wie jetzt gerade 19.45 Uhr genau Einfach nichts mehr geht Wo einfach so wenig Spieler vorhanden sind Dass man Nie vernünftig zocken kann Ja, das ist scheiße Ich hasse diese immensen Wartezeiten Wahnsinn Gut, aber Man kann's ja skippen Man kann's ja schneiden Und vielleicht Ich glaube, wir das vielleicht mal eben machen So, weil ich jetzt schon länger warte Will er mich gegen Den Computer spielen lassen Und plötzlich geht ein Match los Alles klar Okay, das war jetzt Eben gerade Stand ja noch Für, weiß ich nicht 30, 40 Sekunden Ja, wenn's mal zu lange dauert Könnte ich ja gegen den Computer spielen Ähm Und plötzlich geht doch ein Match los Das ist natürlich interessant Das lohnt sich natürlich noch Das Witzige ist auch Dass jetzt irgendwie gerade mal Zwischen dem Wo ich jetzt unterbrochen habe Und dem weiteren Aufnehmen Hier kann eigentlich 30 Sekunden liegen So Karten annehmen Ich nehm sie alle Ich bin im Zug Prototype Sonic Tank Was kann das Ding? Was kann das Ding? Prototype Sonic Tank Hab ich zwei von Beeilung Die Zeit läuft ab Ey, mach mal nicht so ein Scheiß hier Der muss ich Fuck, wie war denn das? Ich weiß nicht mehr Wie ich die kacke einsetze hier Ich hab's vergessen Ich hab's vergessen Ich weiß nicht mehr Wie ich die einsetze Fuck, man Wie setze ich diese Verhurten Karten ein? Ey, fuck Mann, das regt mich auf Alter, wie hab ich diese Karten Eingesetzt letztens Ich hab vergessen Wie man diese Bepissten Karten einsetzt Alter, wie setze ich die ein Was hab ich denn vorher gemacht? Den kann ich also noch nicht einsetzen Das war's gewesen Den hätte ich noch gar nicht einsetzen können Und deshalb Ach, Pisse, Alter Echt Hätte ich das gewusst Ich konnte irgendwie diesen Kann ich noch nicht einsetzen? Oh, wo muss das Ding nochmal hin? Also ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal meine Einheiten bewegen Guck mal, der kann eigentlich Voll bis vorne reinfahren, oder? Immediately Okay, jetzt haben wir das Afrika-Core Achso, Zug beenden Ja, komm Der hat noch nichts verloren Das ist scheiße, Mann Alter, hab ich mich aufgeschickt Ich muss mich erstmal gerade so Beruhigen Echt wegen diesem Kack da Das ist einfach so Weil ich hab so lange Jetzt nicht gespielt gehabt Dass ich das vergessen hatte Manche Sachen kann man halt noch nicht einsetzen Ich glaub, die kann ich erst Diesen scheiß Sonic-Tank Wahrscheinlich müsste ich Ich hab vier von vier Jetzt weiß ich nicht Spare ich die Spare ich welche, wenn ich Jetzt überspringe? Ich Pass auf, pass auf Ich überspringe erstmal Nee, das geht sowieso nicht Geht ja gar nicht Warum? Mach da gar nichts hier Alter, was ist das für eine Scheiße Wieso hab ich schon wieder Vormachtschaden erlitten Was ist das denn hier? Ist die tot? Wow Aber ich bin auch tot Okay Schießt ihr mal weg? Wieso schießen die Verkackte Panzer nicht hin? Okay, ich bin dran Fünf von fünf Tatsächlich Man darf also Einfach nicht alle ausgeben Oh, 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 oh Klingfong, pass auf Ich nehm einmal Heavy Recon rein Fünf von fünf Und beende den Zug Jetzt einfach Aber ich will jetzt Diesen Sonic Tank drin haben Als nächstes Was? Es kommt irgendwie Gift Spray Alter, deine Mutter Wieso ist denn der Panzer weg? Von Gift Spray ist der Panzer weg? Was habt ihr geraucht, Leute? Alter, drei Vormachtschaden? Guck'n, was hab ich noch so Sturmtiger G-42 Noch so'n Sonic Tank Churchill Afrika-Core Ich hab so'ne So'ne Dinger Wie letztens Hab ich auch nicht hier Fütt'n da drauf Wieso kann ich den nicht angreifen? Das ist irgendwie scheiße Fütt'n da drauf Wie kann ich das echt nicht? So, fünf von sieben Ich- ey, ich kann ja noch so'n Scheiße Hätt' ich aufheben müssen Ich nehm' mal Wo ist denn der Churchill? Woah Hotel Sieben Fuck, man Ich bin das Sechs Vormachtschaden Ich bin ja tierisch Eingerostet Alter Fuck Piss Piss hier Ich hab' Ehrlich Ich weiß Ich hab' Alles mögliche Falsch gemacht Was man hier Falsch machen konnte Jetzt Ich hab' So Gefailed Hier Ich hab' Acht Punkte Was mach' Ich Wo ist hier Wo ist denn der Scheiß jetzt? Hier Direkt hier Rauch Boom Einen Haben wir noch Wo ist denn MG42 Organische Einheit Rein damit Ich bin fertig Was? Ist ja schon so gut Wie fertig Hier Was für eine Scheiße Ah ja Da muss ich nochmal Ich muss das auf jeden Fall Hinbekommen Das muss besser laufen Ja Digga Mach' ich jetzt hier Jetzt krieg' Wahrscheinlich Wieder nochmal Zwei Zwei Drei Schaden Oder so Und dann ist eh Vorbei Hier Ich hab' Einfach zu viel Verkackt Gleich am Anfang Das war das Problem Ja Jetzt müsste ich verloren haben Komm Nee noch nicht Noch nicht Neun von neun Wo ist denn hier mein Ravel gun Oh Zwei kann ich nur einsetzen Afrika Kor Jetzt zwei Punkte Keine Ah ja Neh mir das Afrika Kor Hier Aber jetzt Jetzt müsste es vorbei sein Ich bin ziemlich sicher Achso Zug muss ich auch hin Und verloren Alles weg Das Reich ist hinüber Obwohl er hat Da die Gamania fest Hinter Scheiße Piss ey Aber Level 2 Immerhin Ja meine Kommando Zentrale ist kaputt Na gut Trotzdem Danke fürs Zuschauen Ich mach mal eben Noch ne Runde Also kommt gleich noch Ein Video Und Abo Und so Viel Spaß Und beim Zocken Und so Haut dafür Ciao Ciao